Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Messebesucherinnen und Messebesucher, ich grüße Sie alle herzlich und begrüße Sie zur Messe World of Fireplaces in Leipzig. Leider schaffe ich es nicht, persönlich teilzunehmen, aber digital bin ich da und ich freue mich, Ihnen als Schirmfrau auf diesem Weg eine erfolgreiche Veranstaltung zu wünschen und auch einige Worte an Sie richten zu können. Wie Sie alle wissen, wird Deutschland 2045 klimaneutral sein. Das ist unser Beitrag zum Pariser Abkommen. Und zum Erfolg wird Klimaschutz aber nur, wenn wir die Menschen auch mitnehmen und nicht überfordern. Wenn wir beim Ziel verbindlich sind, bei der Umsetzung aber offen sind, auch technologieoffen sind und wenn wir dabei auch auf die Marktwirtschaft setzen, statt auf Regulierungswut. Das gilt auch für die Wärmewende. Der Staat sollte keine bestimmte Technologie vorschreiben. Welche klimafreundliche Heizung eingebaut wird, das soll jeder selbst entscheiden dürfen und am Ende setzt sich auch das Bessere durch. Und als CDU Deutschlands wollen wir daher, dass Holzpelletsheizung zum Beispiel modern und dezentral eine Form des Heizens nachhaltig genutzt auch sein kann. Und gerade nachwachsende Rohstoffe sind wichtig für die Wärmewende. Die Nutzung von Bioenergie und damit auch explizit von nachhaltig produziertem Holz kann einen wichtigen Beitrag zu einer CO2-Reduzierung auch leisten. Und deshalb ist Wärmeversorgung wissenschaftsbasiert auch ein Feld, das in Zukunft immer mehr in den Fokus rücken wird. Und wir werden uns dafür einsetzen, dass Holz weiterhin nachhaltig und erneuerbar genutzt werden kann. Und darum habe ich auch gerne die Schirmherrschaft und Schirmfrauschaft übernommen. Lassen Sie es mich in aller Deutlichkeit sagen. Wir Christdemokraten stehen an Ihrer Seite und ich freue mich, wenn wir im Austausch miteinander bleiben, wenn wir konstruktiv um das Bessere auch diskutieren. Streiten ist es ja gar nicht. Am Ende wird es immer darum gehen, das Bessere auch zu finden und sich immer ein Stück weit ehrlich zu machen. Denn realistische Forderungen, die sind wichtig und nicht theoretische Ziele. Und deshalb sage ich danke für Ihre Arbeit, danke für Ihr pragmatisches Anpacken und ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Messe. Lassen Sie sich inspirieren durch Innovationen, durch gute Gespräche. Alles Gute auf bald und nochmal herzliche Grüße nach Leipzig. Lassen Sie sich inspirieren durch Innovationen, durch die Schirmherrschaft und die Schirmherrschaft und die Schirmherrschaft. Lassen Sie sich inspirieren durch Innovationen, durch diese Schirmherrschaft und die Schirmherrschaft.